Letztes Mal, bei Minecraft Story Mode. Oh, Redstone! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Hebel platzieren! Nein! Und aktivieren! Und Laber-Tor auf. Wetten? Wetten? Ich weiß alles! Ungefähr. Der nörgelt mir viel zu viel rum. Was ist all das? Unglaublich! Er hat sie alle in einem Ort gesammelt. Und sie gesammelt... Was genau? Die waren in einem Sturm. Was habe ich gerade gesagt? Die waren in dem Tempel. In dem Wassertempel. Und da ist das Ei. Ender... Ender Egg? Äh... Nein. Doch! Ender Egg. Ender Egg. Keine Ahnung. Eine Gars-Träne. Eine Gars-Träne. Ein Drachenei. Ender Egg. Ja, sag ich doch. Eine Seelaterne. Wir können sie nehmen? Nee. Nee, ich lass alles da. Mein Gott, ich klau doch nichts. Reden mit Sorn. Ähm... Ich wollte Gars-Träne ansehen. Ich denke, das sind Gars-Träne. Da ist ein Hebel. Wenn wir den rausnehmen, dann öffnet sich die Tür. Diese Gars-Träne? Die sind super hart zu bekommen. Du wirst nicht die Hälfte davon. Es war unsere erste offizielle Mission als Order of the Stone. Und da sind diese Gars-Träne und diese Träne. Seht ihr das? Wow. Jesse, was machst du? Äh... Ich nehme dieses wirklich cooles, rare Etem. Wir brauchen es, um die Tür zu entlocken. Sehr gut. Ich hab's gewusst. Das Drachenei nehme ich auch. Danke. Entschuldigung, ist das das eigentliche Ender-Dragon-Egg? Ja. Alas, ja. Das einzige, das bleibt unseres letzten Abenteuer. Hm. Keine Chance, dass ich das hinterlassen werde. Okay, ich mach ganz kurz einen Schnitt, weil ich Angst habe um meine Aufnahme nicht, dass sie kaputt ist. Also, wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder, Leute. Und es geht einfach mal fix weiter. Die Seelaterne, die nehme ich mit. Die gehört mir. Ist das verrückt oder ist das eine Seelaterne? Ah. Eine sehr gleiche, die die Ordnung hat. All diese Jahre vorhin. Oh, wir waren so grün dann. Es sieht nur so aus wie ein Scherben. Und die Tür öffnet sich. Noch nicht. Oh, es gibt noch ein Item. Prisma... Prismarinscherbe. Okay. Prismarinscherbe. Und die Tür öffnet sich. Wir benutzen die meisten davon, um eine Seelaterne zu machen. Das ist alles, was bleibt. Prismarinscherbe. 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 Jazzy, halt die Schnauze. Ach komm. Ein Packeis. Wenn wir das jetzt mit... Wenn wir das abbauen, ist es eigentlich kaputt. Oder Wasser kommt. Es war kälter da, als irgendwo, wo wir noch waren. Aber... Magnus schlitt so viele Mal unsere Lachen. Nachdem... Wir wussten, dass wir bereit waren, den Ender-Dragons zu treffen. Na endlich. Was? Nicht mal die Tür? Ein Geheimgang! Oh. Ein Rätsel. 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssen jetzt die Items wieder da reinschmeißen. Fuck. Es sieht aus wie ein normaler Hopper. Es sieht aus wie ein normaler Hopper. Ich habe ein paar Redstone-Cirketrie gesehen. Mann. Ivor sicher liebt seine Puzzle. Hm. 5 Plätze. Wir müssen aber erstmal herausfinden, wo was wo reinkommt. Können wir nicht nochmal zurückgehen? Nein. Gut. Ich glaube, wir müssen nach und nach alle Items reinschmeißen. Äh... Ender-Drachen-Ei kommt auf 5. Ender-Dragons-Ei. So cool. Let's try it here. This egg was the last thing they got. Das letzte. Und das Eis haben sie davor, weil dann haben sie gesagt, sie waren bereit. Und... Packed Eis. Oh nein, doch nicht. Verdammt. 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 Die Gast... Okay. Ah, allerersten. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Dann kommt... So... So... Ich habe einfach da nicht mehr zugehört bei der Gasträne. Tut mir leid. Ansonsten hatte ich Recht. Und schreckt. Ich habe einen Schrein. Du hast oft gibt Eivor einen Auslett... Aber auf der Allerseilung heilungskirchen ist sicherlich, was er drin. Und schreckt... Und schreinend. Und schreinend. Das Enchanting-Buch we need. Yes, we need it right now. Wow. Cool. Da sind vier Schalter. Die sind für alle von dem Team gewesen. Oh mein Gott. Dein Ernst. Wir müssen die alle dann drücken und dann passiert was. Aber alle gleichzeitig, glaube ich, sogar. What's this thing supposed to be? It appears to be an homage to our battle with the Ender Dragon. Despite his anger, Eivor never stopped being fond of us. He was a big part of our team after all. He knows his days in the order were his finest. We're missing something here, Sorin. And I have a feeling, the key might be locked in that head of yours. I have a key locked in my head. I think you need to tell me about the Ender Dragon. Tollet zerstören. Okay, gut. Geschichten Zeit, Leute. Oh, wie klein die Insel da ist. Wow, er hat ihn geritten. Using only my strength and my wilds, I steer the foul beast toward the third crystal. I blew the dragon directly toward the final crystal. Nice. So haben sie ihn also besiegt. Nein, ernsthaft? Dein Ernst? Er ist hingegangen? Stopps. Was? Was? Aber ich glaube nicht, dass es so war, weil... Ich glaube nicht, dass es genau so war, weil er ist schon ein richtiger Kämpfer und er weiß, wie man kämpft. Ja, einfach nach und nach alles kaputt machen. Wir müssen halt die richtige Reihenfolge machen. Okay. Gut. Die richtige Reihenfolge war... ...der Pfeilschuss. Aber gut, dass wir die Geschichte gehört haben. Dann kam das TNT. Dann kam unsere nette Elagard mit ihrer Entfindung. Und dann letztendlich der Drachenstoß. Aha! Wir müssen den Schalter da oben irgendwie erreichen, würde ich sagen. Ruben, du weißt, was hier zu tun? Hmm. Ja, irgendwie schon. Wir müssen irgendwie, glaube ich, an den Schalter rankommen. Hm. Nein. Ich schneide das raus. Ah, okay, gut. Ja. 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 Ah, okay. Wir müssen irgendwie oben zum Drachen kommen. auf seinen Rücken. Verdammt. Irgendwas sagt mir, dass hier irgendwas noch ist. Warte, was ist das? Der Enderdrache. Verwenden. Der Schalter ist nämlich da oben drauf. Den müssen wir auch noch aktivieren. Schichtenzeit. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Part wieder. Tschüüüü, haut rein, euer PV-Style. Ciao.